Hallo, geschätzte Zuschauer und willkommen auf unserem Kanal. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das für deutsche Einwohner, insbesondere für die Ankümmlinge oder bereits im Ruhestand, unglaublich wichtig ist. Es handelt sich um eine mögliche Einmalzahlung von 3.900 Euro aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wie sie auf Deutsch heißt, die gesetzliche Rentenversicherung. Dies ist eine kritische Entwicklung, die sich erheblich auf ihr finanzielles Wohlbefinden auswirken könnte, insbesondere in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Bevor wir uns den Details widmen, möchte ich etwas Wichtiges betonen, dies ist eine einmalige Zahlung. Es ist kein wiederkehrender Vorteil, sondern eine einmalige Pauschale, die einen echten Unterschied in ihrem Leben machen könnte. Und hier sind einige tolle Neuigkeiten, Sie müssen keinen komplizierten Bewerbungsprozess durchlaufen. Diese Zahlung wird, wenn Sie berechtigt sind, direkt auf Ihr Rentenkonto überwiesen. Es ist nicht nötig, sich irgendwo zu bewerben oder irgendwelche Formulare auszufüllen. Das System ist so einfach und unkompliziert wie möglich für Rentner. Beginnen wir damit, dass wir aufschlüsseln, worum es bei dieser Zahlung geht und warum sie angeboten wird. Aber bevor wir beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sich zuerst für weitere aktuelle Updates zu den deutschen Rentenreformen anmelden. Die deutsche Regierung hat erkannt, dass der zunehmende finanzielle Druck von Rentner Angesichts steigender Lebenshaltungskosten, der Inflation und der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen, die globale Ereignisse mit sich bringen, fällt es vielen älteren Bürgern schwerer, über die Runden zu kommen. Mit dieser einmaligen Zahlung von 3.900 Euro sollen diejenigen, die während ihres gesamten Berufslebens zur deutschen Wirtschaft und Gesellschaft beigetragen haben, entlastet und unterstützt werden. Nun reden wir über die Berechtigung. Wer genau qualifiziert sich für diese Zahlung? Hier wird es etwas komplexer, also achten Sie genau darauf. Die gesetzliche Rentenversicherung hat spezifische Kriterien festgelegt, wer diese einmalige Leistung erhalten kann. In erster Linie müssen Sie eine gesetzliche Rente erhalten. Das bedeutet, dass Sie einen wesentlichen Teil Ihres Lebens gearbeitet und sich in der deutschen Rentenversicherung engagiert haben. Die genaue Anzahl der erforderlichen Jahre kann variieren, aber im Allgemeinen sind es etwa 35 Jahre Beiträge. Das Alter ist ein weiterer wichtiger Faktor. Während das Regelrentenalter in Deutschland allmählich ansteigt und bis 2031 auf 67 Jahre ansteigt, richtet sich diese Leistung vor allem an die bereits im Ruhestand befindlichen oder kurz davor. Wenn Sie derzeit Ihre Rente beziehen oder innerhalb des nächsten Jahres anfangen werden, sind Sie eher berechtigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Anspruchsberechtigung ist die Gesamtrentenhöhe. Diese einmalige Zahlung soll denjenigen helfen, die finanziell in Schwierigkeiten geraten könnten. Wenn Ihre monatliche Rente unter einer bestimmten Schwelle liegt, haben Sie daher eher Anspruch auf diese zusätzliche Unterstützung. Der genaue Schwellenwert kann sich ändern, daher ist es wichtig, über die aktuellen Grenzwerte informiert zu bleiben. Es ist auch erwähnenswert, dass diese Zahlung berücksichtigt Ihre gesamte Rentensituation. Wenn Sie mehrere Renten erhalten, vielleicht aus verschiedenen Berufen oder Ländern, werden alle diese bei der Bestimmung Ihrer Berechtigung für die 3.900-Euro-Zahlung berücksichtigt. Nun, lassen Sie uns eine Frage ansprechen, die vielleicht viele von Ihnen beschäftigt. Was ist mit denen, die in Deutschland gearbeitet haben, aber seitdem in ein anderes Land gezogen sind? Die gute Nachricht ist, dass wenn man in das deutsche Rentensystem eingezahlt hat und die anderen Kriterien erfüllt, Sie haben möglicherweise noch Anspruch auf diese Zahlung, auch wenn Sie nicht mehr in Deutschland wohnen. In diesen Fällen kann es jedoch zusätzliche Überlegungen oder Anforderungen geben, daher ist es immer am besten, sich direkt bei der deutschen Rentenversicherung zu erkundigen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass diese Zahlung nicht im traditionellen Sinne von Bedürftigkeit abhängt. Das bedeutet, dass andere Einnahmequellen oder Vermögenswerte, die Sie möglicherweise haben, bei der Bestimmung Ihrer Berechtigung normalerweise nicht berücksichtigt werden. Im Vordergrund steht dabei die gesetzliche Rentensituation. Nachdem wir nun die Grundlagen der Teilnahmeberechtigung behandelt haben, wollen wir darüber sprechen, warum diese 3.900-Euro-Zahlung so wichtig ist. Wir leben in einer Zeit großer wirtschaftlicher Herausforderungen und Rentner gehören oft zu den Menschen, die am stärksten von diesen finanziellen Belastungen betroffen sind. Betrachten wir zunächst die steigenden Lebenshaltungskosten in Deutschland. In den letzten Jahren haben wir einen Anstieg der Preise für wesentliche Güter und Dienstleistungen gesehen. Die Lebensmittelkosten sind gestiegen, die Energiepreise sind in die Höhe geschossen und die Wohnraumkosten steigen in vielen Teilen des Landes weiter. Für Menschen mit festem Einkommen, wie viele Rentner, können diese Preiserhöhungen besonders schwierig zu navigieren sein. Inflation ist ein weiterer wichtiger Faktor. Während Deutschland historisch relativ stabile Inflationsraten gehalten hat, haben die jüngsten globalen Ereignisse zu einer überdurchschnittlichen Inflation geführt. Das bedeutet, dass die Kaufkraft ihrer Rente mit der Zeit effektiv abnimmt. Was man vor ein paar Jahren mit der Rente kaufen konnte, ist heute vielleicht nicht so weit. Die Kosten für das Gesundheitswesen sind ein weiteres wichtiges Anliegen vieler Rentner. Mit zunehmendem Alter benötigen wir oft mehr medizinische Versorgung und Behandlungen. Deutschland hat ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem, aber es kann immer noch Ausgaben geben, die man aus der eigenen Tasche bezahlt, vor allem für bestimmte Medikamente oder spezielle Behandlungen. Diese Kosten können sich schnell summieren und eine Belastung für die festen Einkommen darstellen. Ein weiterer besorgniserregender Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist die Zunahme der Schulden bei älteren Menschen. Immer mehr Senioren geraten in finanzielle Schwierigkeiten, manchmal sogar in den Bankrott. Dies kann auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, darunter unzuweichende Renteneinkünfte, unerwartete medizinische Kosten oder die finanzielle Unterstützung von Familienmitgliedern. Hier kann die einmalige Zahlung von 3.900 Euro einen echten Unterschied machen. Während es nicht alle finanziellen Probleme lösen kann, kann es eine bedeutende Förderung zu den finanziellen Situationen vieler Rentner zur Verfügung stellen. Lassen Sie uns einige der Möglichkeiten dieser Zahlung erkunden. Sofortige finanzielle Entlastung, für diejenigen, die mit ihren täglichen Ausgaben zu kämpfen haben, könnte diese Zahlung dringend benötigte Atempause bieten. Es könnte helfen, die wesentlichen Kosten wie Lebensmittel, Versorgungsunternehmen oder Miete für mehrere Monate zu decken und den unmittelbaren finanziellen Druck zu verringern. Schuldenreduzierung, wenn Sie eine hochverzinsliche Schuld, wie zum Beispiel Kreditkartenguthaben, tragen, könnte diese Pauschale verwendet werden, um es zu bezahlen. Die Reduzierung oder Beseitigung von Schulden kann sich langfristig positiv auf Ihre finanzielle Gesundheit auswirken. Hausreparaturen oder Änderungen Viele ältere Menschen finden, dass ihre Häuser mit dem Alter angepasst werden müssen. Diese Zahlung könnte notwendige Renovierungsarbeiten finanzieren, wie die Installation von Haltegriffen im Badezimmer oder die Zugänglichkeit der Eingänge. Gesundheitskosten Das Geld könnte für zukünftige medizinische Ausgaben reserviert werden, um sicherzustellen, dass sie auf alle gesundheitlichen Kosten vorbereitet sind, die möglicherweise auftreten können. Notfallfonds Wenn Sie keine unmittelbaren dringenden Bedürfnisse haben, könnte diese Zahlung verwendet werden, um Ihren Notfallfonds zu etablieren oder zu erhöhen. Ein finanzielles Polster kann für Sicherheit und Seelenfrieden sorgen. Energieeffiziente Upgrades Da die Energiekosten steigen, könnten Investitionen in energieeffiziente Geräte oder Hausverbesserungen zu langfristigen Einsparungen bei den Stromrechnungen führen. Verbesserungen der Lebensqualität Für einige könnte diese Zahlung kleinen Luxus ermöglichen, der außerhalb ihrer Reichweite liegt. Dazu gehören beispielsweise Hörgeräte, bessere Schuhe für eine verbesserte Mobilität oder sogar ein kurzer Urlaub für das geistige Wohlbefinden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung dieser Zahlung, falls Sie sie erhalten, ganz Ihnen überlassen bleibt. Es gibt keine Einschränkungen, wie das Geld ausgegeben werden kann. Da es sich jedoch um eine einmalige Zahlung handelt, ist es ratsam, die Verwendung in einer Weise zu erwägen, die den größten langfristigen Nutzen für Ihre finanzielle Situation hat. Während wir die 3.900-Euro-Zahlung diskutieren, ist es wichtig zu bedenken, dass sie zwar eine bedeutende Hilfe darstellt, aber keine dauerhafte Lösung für die finanziellen Herausforderungen ist, mit denen viele Rentner konfrontiert sind. Es ist wichtig, sich weiterhin für Strategien einzusetzen, die die langfristige finanzielle Sicherheit älterer Menschen unterstützen. Um informiert zu bleiben und Ihre finanzielle Zukunft zu sichern, sollten Sie folgende Schritte in Betracht ziehen. Überprüfen Sie zunächst regelmäßig Ihre Rentensituation, indem Sie Ihre Rentenauszüge prüfen, um sicherzustellen, dass alle Beiträge korrekt erfasst werden. Wenn Sie Unstimmigkeiten feststellen, wenden Sie sich umgehend an das Pensionsamt. Zusätzlich sollten Sie weitere Sparmöglichkeiten über die gesetzliche Rente hinaus prüfen. Selbst kleine, regelmäßige Ersparnisse können sich im Laufe der Zeit ansammeln und für zusätzliche finanzielle Stabilität sorgen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Vorteile von Zahlungen wie den 3.900 Euro maximieren können, holen Sie sich Rat bei einem Finanzberater ein, der auf Altersvorsorge spezialisiert ist. Sie können maßgeschneiderte Beratung anbieten, um Ihre finanzielle Situation zu verbessern. Schließlich sollten Sie erwägen, sich lokalen Seniorengruppen oder Organisationen anzuschließen. Diese Gemeinschaften können wertvolle Informationen liefern, Unterstützung leisten und für Maßnahmen eintreten, die Rentnern zugute kommen. Zum Abschluss dieser Diskussion möchte ich nochmals betonen, wie wichtig es ist, über Ihre Rente und alle zusätzlichen Leistungen oder Zahlungen, die Sie möglicherweise in Anspruch nehmen können, informiert zu bleiben. Diese einmalige Zahlung von 3.900 Euro ist ein bedeutender Betrag, der im Leben vieler Rentner einen echten Unterschied machen könnte. Denken Sie daran, dass Sie nichts Besonderes tun müssen, um diese Zahlung zu erhalten, wenn Sie dazu berechtigt sind. Es wird automatisch auf Ihr Rentenkonto überwiesen. Sie müssen keine Anträge stellen oder Büros besuchen. Das System ist so einfach und unkompliziert wie möglich gestaltet. Wenn Sie jedoch Zweifel oder Fragen zu Ihrer Berechtigung oder zum Zahlungsprozess haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Deutsche Rentenversicherung. Sie sind die maßgebliche Quelle für alle Informationen über diese Zahlung und Ihre Rente im Allgemeinen. Wenn Sie diese Informationen hilfreich fanden, geben Sie bitte diesem Video ein Daumen hoch und überlegen Sie sich, unseren Kanal zu abonnieren. Wir berichten regelmäßig über Themen rund um die persönliche Finanzierung, Altersvorsorge und wichtige Entwicklungen in den Rentensystemen. Haben Sie Erfahrungen oder Gedanken zu dieser 3.900 Euro-Zahlung oder dem Rentensystem im Allgemeinen? Wir würden uns freuen, von Ihnen in den Kommentaren unten zu hören. Ihre Einblicke und Fragen können dazu beitragen, eine Gemeinschaft der Unterstützung und des Informationsaustauschs zu fördern. Denken Sie daran, finanzielle Sicherheit im Ruhestand ist nicht nur über das Geld erhalten, sondern auch darüber, wie Sie es verwalten. Nutzen Sie Ressourcen wie diese 3.900 Euro-Zahlung mit Bedacht, bleiben Sie über Ihre Rechte und Vorteile informiert und zögern Sie nicht, professionelle Beratung zu suchen, wenn nötig. Vielen Dank für das Zuschauen und hier ist ein finanziell sicherer und angenehmer Ruhestand für alle. Bis zum nächsten Mal, Vorsicht und bleiben Sie informiert!